Der Sack geht gerade! Boah, halt doch die Fresse jetzt! Mit dabei der Lago JT, der Berliner LP und... Moment, der Herr Mr. Devil Drixx. Und meine Wenigkeit. Ja, genau. Hallo! Ey! Wir müssen uns in die Laden hier alle rein. Dann musst du dann immer reingehen. Hast du das nicht tun? Hallo! Lotte! Oh, du schöne Lady! Oh, wo? Oh, Alter! Alter, ist hier heiß! Sonst gibt's meine Freunde auch noch Hilfe! Mit meinen Freunde sieht der Satz aus zu mir. Schatz, was machst du da? Äh, nix! Sam, nimm mal direkt zum Geldautomaten. Da ist so ein ECM-Symbol. Den nimmst einfach mal. Ey, Jungs, was habt ihr da wieder gemacht? So. Ich wollte, die Knebeln waren mal schön. Ihr Säue! Ich hab mich nicht aufgehört. Äh, wie ging das nochmal zu den Runter? Ja. Alles gleich. Guck mal, was geht abheben, ne? Wie konnte ich das nochmal sagen? Du sagst das. Mit Schil... äh, mit... Auf dem Boden? F! Ja. So. Ich wollte ihn schon mal in der Kasse im Geschäft bedienen. Hat die Rolle. Ich geh mal direkt in den Nebenladen, ne? Jo. Frota, du Arschloch! Oh, Frota, du Arsch! Immer diese Kraftausdrücke hier. Nein! Get down! Ey, hier ist Kaffee! Ausrasten! Ey, ihr habt Kaffee! Hello, Sam bezahlen wir ab sofort nur noch mit Kaffee. Jo, aber hallo! Kaffee! Der bückt sich auf den Kaffee. Woah! Alter! Jo. Was ist denn passiert? Ich hab ein bisschen im Po geschossen. Ey, komm mal hin! Ey, komm mal hin! Ich hab ein bisschen im Po geschossen. Ey, komm mal hin! Ey, komm mal hin! Ey, komm mal hin! Was hast du für'n Scheißrechner? Ich hab ein bisschen im Po geschossen. Hey, Piken! Wir spielen einfach weiter. Wir lassen... Wir lassen ihn einfach hängen. Lass mich mal hängen. Denk mich mal kurz. Ich muss mal ein Schloss... Schloss kurz ficken hier. Ja, ich... Die sind ja alle bei mir. Ja, Glückwunsch! Ich kann grad nicht mehr verhindern. Abgarten-Date mit dem Schloss. Oh, läuft. Äh... Wer ist so cool? Was? Der ist doch ein Spieler so cool. Ey, da ist ne Bulle drinne! Oh! Weg da mit die Sau! Oh, bitte! Oh, da kommt er! Er kommt wieder! Oh, der hat nicht so ne Bambusleitung wie ich. Das dauert dann ein bisschen. Oh, da bin ich wieder! Ja. Oh, Entschuldigung! Boah, Alter! Komm, noch ist das die Donutpatrouille mir nicht. Jaaa! Alter! Ich muss... Ich hab keine Muni mehr! Ich hab keine Muni mehr! Muss ich wieder die gute Waffe nehmen. Keine Ahnung. Da kommt der nächste Bulle! Boah! Alles tot! Da der nächste! Achja, wir gehen noch nicht, ne? Da lässt sich noch deutlich mehr Kohle schäffeln. Mhmm! Bulle! Headshot! Aber immer wenn ich den ganzen Bohrer fertig machen darf! Jo, ich deck dich am besten mal! Den ganzen Bohrer! Warte mal kurz rüber hier, ne? Ja, ich muss halt die Bohrer fertig machen! Oh ja! Mach's ja fertig! Ey! Ich steck's doch mal runter! Ich mach dich fertig! Ja! Der war schlecht! Vielleicht war den Riesensort von dir! Ich mach den mal wieder an! Okay! Machst du einen Bohrer schon mal vor heute? Ja! Oh! Er läuft! Okay! Ach, der ist voll triatalisch gefallen! Oh Mann! Ich hab einen Ständer gerade hier! Theatralisch! Nicht triatalisch! Aber ich hab einen vollen Ständer hier im Bohrer! Der Ständer, er läuft! Jo! Richtig! Man kann auch denken, die sich präversesten Leute überhaupt in der Aufnahme! Nein! Hallo! Am Anfang schon die Olle! Das! Ich hab grad hier fett zu tun, Alter! Ich hab grad hier einen Bohrer in der Hand! Ach, hier kann ich nochmal bohren! Die Ratter hat ihn hier grad verlangt! Natürlich! Boah, wie lange dauert das noch? Immerman rein! Immerman rein bohren! Bullen! Steck ihn rein! Oder ich meine, du musst auf dein Herz hören! Alter, ich hab's jetzt für Bullen... Raus hier! Fick nice! Ihr Motherfucker! Ihr blöden Gericht! Erstmal den Bohrer aufrüsten, dann geht das vielleicht schneller! Ja! Ja, das sollte man machen! Na gut, sind sowieso nur noch 3 Sekunden! Ja, das läuft! Ich geh mal eben zum kaputten Bohr rein! Ich pass hier auf! Ich geh in Norden hier rumradchen, ne? Hau ab hier! Es ist meins! Ja, du kannst ja dein Geld behalten! Oh, okay! Ich werd's nicht, werd ihr auch angefickt! Au, 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 au! Ja, armer Sam! Ich komm von der Seite! Ja! Eigentlich funktioniert das nicht! Alter, hier wird mich... Hier fickt mich wieder so viele Bullen! Oh mein Gott! Ach du scheiße, nicht das schon! Oh, oh! Ach du scheiße! Schnell rein! Geh auf! Ja! 4, 3, 2, 1! Oh, alle Bohrer müssen neu starten! Ne, die haben's auch nicht! Oh, 600! Ja! Rückendeckung! Da hinten kommen die Nächsten! Ja! Ach so, da kommt... Da kommt halt ein Acer! Ich bin noch richtig ruhig hier bisher! Alter! Oh mein Gott! Da ist einer dritte! Lago! Was machst du da? Die Bullen kommen hier rein! Ja, ich hab einen anderen Ausgang... Der ist von dir hier! Der ist hier durch den Fensterring gekommen! Oh, ich hab ihn Zivilisten getötet! Ich dachte, er sei ein Polizist! Ist doch alles dasselbe! Ja, ja! Ich reinige ihn nicht, was du aber... Oh mein Gott! Abgeschossen! Wir könnten hinten rausgehen! Und abhauen! Nein, machen wir noch nicht! Nein, wir können nur mehr! Ach so! Gib mal, Waschmaschine! Brauchst du was für Waschne? Ja! Ich fahr schon seit Jahren nicht mehr Baden! Oh, hier ist noch mehr Geld! Schnell rein da! Wo? 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 Oh! Ich hab die Kamera gemessert! Ich hab auch meine Kamera gemessert! Du bist so... Oh! Der Devil, der geht ab! Ja, sowieso! Ich hab einen Hausbesuch hier! Guck mal! Hallo! Wir messern sonst Kameras! Messerst du keine Kameras? Nein! Also... Alter! Die Bullen gehen mir echt auf den Nerv heute, oder? Ach ja! Wenn ihr Taschen habt, die könnt ihr schon zum Van bringen! Ich hab keine Taschen! Ich hab bisher nur 1200 Dollar eingesammelt! Boah! Ich nehm die Historie jetzt auch jetzt mehr! Beute gesichert gestaut! Oh mein Gott! Bullen abgeschossen! Devil, pass auf! Ja, das hab ich auch gerade gemerkt! Ich dachte ich könnte hinter die Autos, aber nein, da ist so ne unsichtbare Barriere! Ja, das ist doch ganz normal! Wie im richtigen Leben! Nachladen! 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 Da war ich schon! Tot! Wir müssen in einen Laden noch durchnehmen! Was? Wie? Wie? Wie durchnehmen! Der Lader will den Laden durchnehmen! Der will schon wieder was durchnehmen! Der hier ist noch nen Bohrer, den brauchen wir noch, dann haben wir alles! Power! Ja, wir haben die Türen! Ich hab die Türen! Da kommt der Nächste! Boah! Das ist ja fast schon zu einfach! Treffer! Ey, ich hab dich in your face! Und der lebt immer noch! Ich bin einfach zu gut! Ich bin einfach zu gut für euch! Das ist das Ding! No Muni! No Muni! No Muni! No Muni! Ich hab keine Muni mehr! Ich bin tot! Oh, ich bin getroffen! Ich hätt hier noch Muni! Kümmern euch! Ich mach die Bohrer! Oh my god! Na klar! Du hast keine Muni mehr? Nein! Ja, ich hab noch welche! Ich muss nur zu dir durchkommen! Ich hab das Gefühl, ich bin vorher tot, wenn ich bei dir ankomme! Er will zu dir durchkommen! Wer bist du jetzt? Ich bin ja ganz hinten! Das ist jetzt ja auch der Wiesdorfer! Hier! Ich bring eure Stimmen immer durcheinander! Du bist der Sam! Wiesdorfer! Hier! Wiesdorfer? Nee, Wiesdorfer! Okay, ist offen! Speich sie! Super! Speich sie! Ich hab noch die Sentry mitgenommen, oder wie? Wo ist die Muni?! Ey, wir haben alles! Ja, komm! Der Sentry platziert nicht die Muni! Ah, scheiße! Ich hab die Muni! Komm, wir haben alles! Raus! Guck zu, Jungs! Raus hier! Oh my god! Mach doch mal hinne! Bin drin! Wartet! Mach jetzt auch einfach an! Eigentlich ist es nicht so klein. Ach komm, lass laufen, Mann! Mach ich doch grad! Aber wenn ich immer rausgehe aus dem Spiel, raustappe um die scheiß Steam... Aber ich kann, muss ich ja nicht... Dreck! Dreck! So, weiter geht's! Oh Gott, die Bullen? Oder was? Mach mal jetzt so'n Scheiß? Ja, die Bullen! Ja, jetzt kommen die Bullen und wir müssen entkommen! Nein, nicht das! Wo müssen wir da hin? Der wird auch noch schlechte Erfahrungen mitgemacht! Ja, das ist echt scheiße! Warte, warte, wo müssen wir denn überhaupt hin? Keine Ahnung! Ey, folg mir erst mal! Ja, hier! Da ist sowas, das können wir gut nehmen! Ey, komm her, du sag! F*** euch! Komm mal, wir müssen hier! Wir machen hier wie so'ne Art Lager! Nimm jetzt die Geisel mal mit, falls wieder einer fällt! Nein, ach, dir fällt keiner! Wir verschrecken nur die Leute, ey! Wir sind Pro-Gamer! Warte, wo kommt man jetzt da rein? Da, guck mal! Oh, Scheiße! Du bist Bonnie, die ist ein halber Kerl! Ja, wirklich! Sag mal, hast du ein Problem, oder was? Dann stand die Geisel bitte am Nehmen, ja! Ich probier's! Wer schreit denn da die ganze Zeit? Das finde ich! Ich war das! Ich follow me! Muss immer hier auf irgendwelchen... Geh mir aus der Richtung! Ich? Oh! Stand ich dir im Weg! Dann sag das doch! Du stehst doch immer im Weg! Warte doch! Der hat ganz tolles um die Ecke, meint der. Aber wo ist der verfickt Transporter? Der kommt doch! Der ist noch nicht da! Wo ist der Transporter? Der ist doch nicht da! Den werden wir uns nicht so lange überleben! Du kannst da hinten einmal in die Leine steigen! Der ist zwar kaputt, aber der geht auch! Der kannst auch rein! Da kommen die Bullen! Jo! Schon gesehen! Das Nachladen! Haben wir nur eine Tasche? Wie kann man denn Messer? Wo ist Messer? Wie? Wie? Ja! Kannst du jetzt kostenlos holen! Es gibt so eine Teamgruppe von Payday! Da kriegst du das! Ja, natürlich! Ich gehe jetzt jede Gruppe hin oder was? 30 Grund, Jungs doch! Links von dir! Blindengerater! Pass auf! Oh mein Gott! Ich habe so gespielt, dass mich nur noch 20% oder sowas... Alter, wir hatten die Geschichts nicht beim Blinden! Alter! Entschuldigung! Ja! Der nächste Bull ist tot! Für die Gerechtigkeit! Ich hätte kurz mal Wäule! Wo ist eigentlich die Tasche hin? Nach der Hände liegen! Nachladen kurz! Faktisch! Okay, Transporter ist da! Ja! Wo sind die Taschen? Eine haben wir! Oh ja! Oh mein Gott! Da ist der nächste! Auf der linken Seite! Zu dem Transporter schaffen wir das! Ey, Berliner, folgen wir einfach mal! Müsst ihr hier landen! Oh, scheiße, ich bin weg! Oh, run, 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 run! Mein Arsch redet gerade! Aua! Oh! Muss noch lang, scheiße! Run, run, run! Ich bin schon dritte! Ja, run, 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 run! Du hast run, wa? Rent rein hier! Ich wäre auch da! In die Seitenstraße! Los, ihr Kleinen! In die Seitenstraße hört sich auch ganz cool an! So, das war's! Das war der Erfolg! Seid da nicht gegen die ganze Schwampen? Du musst es ja wissen, ne? Ja, ja klar! Ich komme aus Berlin! War ein kleines bisschen. Das ist nicht mal Köln, wa? Manni, 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 Manni! Ja, he he he! Ich komme jetzt nicht grad drauf, wie die Straße ist, aber ist auch egal! Ja! Dass wir nicht nur super Orts gehen müssen! Ja! Level 7 bin ich jetzt so! Geil! Ja, Level 12! Level 8! Level 71! Level 90! Weiter Level 90! Ich bin zu gut für euch! Oh, gleich Level 13! So, meine Aufnahmen habe ich jetzt beendet! Meine nicht! Ich habe meine auch schon beendet! Ich habe einfach die Mittel gekriegt! Oh, ist das süß! Level 13 fast! XP! Ich habe 2000 XP gekriegt! Ich bin Level 1! Ein Waffen-Mod! Was habe ich gekriegt? Ohhhh! Schalke! Schalke! Ich bin einfach mittel! Ich bin schon geil! Von Pickel erzähl eigentlich immer die guten Sachen! Noch was? Aber diesmal bitte nicht auf normal, nicht auf dem ganz einfachen! Ja wirklich! Es sei wirklich! Wie als Pro-Gamer, verstehst du? Ich habe es noch nicht so ganz oft gespielt, ne? Ich sage nur Go Bank, ne? Ja! Hübscht! Es hat keiner gesehen auf meinem Kanal! Nein! Wart ihr, dass die da so gefailt haben? Oder was? Daniel hatte erzählt, dass irgendwer gefailt hatte! Nein! Wolltet ihr das aufs Self machen oder wie wolltet ihr das machen? Wir nehmen uns immer vor, Sachen aufs Self zu machen! Das klappt noch nie! Das ist das Beste! Boah, weißt du was? Ich habe mit welchen gezockt und da gab es dieses, wo man dann halt diesen Countdown abwarten muss! Oh! Unterführung! Anderer Job! Anderer Job! Ja, ich mache mal schnell einen Cut! Ciao!